Wir machen natürlich das Spiel. Ich glaube, Irland hatte 90 Minuten, glaube ich, keine Torchance. Also nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Sie spielen die ganze Zeit auf Zeit und kriegen noch vier Minuten Nachspielzeit. Und dann machen sie in der letzten Sekunde. Das Tor ist natürlich hoch unverdient. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir aus den zwei Spielen nur einen Punkt geholt haben, obwohl wir uns 180 Minuten lang jede Menge Torchance rausgespielt haben. Ja, im Abschluss vielleicht ein bisschen Pech. Das Quäntchen Glück fehlt vielleicht vorne, dass wir noch ein, zwei Tore mehr machen. Wie gesagt, hinten, Irland macht einen langen Ball von der Seitenlinie wechseldiagonal, köpt ihn rein und er steht dann da und drückt ihn rein. Zum Schluss haben wir vielleicht vermissen lassen, dass wir einfach den Ball in der eigenen Reihe behalten. Und einfach das Ding runterspielen. Das müssen wir uns vielleicht angreifen. Ansonsten, wie gesagt, es ist einfach nur bitter, dass wir belohnt werden mit der einen Chance, die sie haben. Und dass wir uns nicht belohnen. Das ist sehr schade. Danke. Danke.